Wir spielen Lucky One Block. Ihr seht, ich bin hier auf einem Lucky Block drauf und wenn ich den abbaue, passiert irgendwas. Ihr kennt das Konzept von Lucky Blocks. Das Ding ist, es spawnt direkt ein neuer nach. An genau dieser Stelle. Wir werden versuchen eine Welt zu bauen und versuchen Minecraft durchzuspielen. Das Besondere hier ist aber, dass nicht nur dieser Lucky Block hier spawnt, sondern wenn ihr ins Inventar guckt hier mal. Ich habe ja hier hunderte von Lucky Blocks in diesem Mod Pack und es werden diese Lucky Blocks auch hier spawnen. Das heißt, es wird eine ganz, ganz wilde Geschichte. Es passieren ganz, ganz wilde Sachen. Und ich gucke jetzt mal. Es gibt ja hier in der 1.8 Version auch Achievements und da ist das Ganze noch ein bisschen anders gegliedert. Vielleicht schaffen wir es ja, alle Achievements zu bekommen. Es gibt hier ganz, ganz viele auch noch. Hier Illuminati Confirmed und so weiter. Oh, das bedeutet, dass jemand abonniert hat, die Glocke. Es gibt hier ganz viele Achievements noch, aber die schaffe ich glaube ich nicht. Das hier ist der aktuelle Achievement Baum und den versuche ich natürlich zu bekommen, hier alles. Ich glaube, es gibt auch noch so ein paar versteckte Achievements, aber da müsst ihr mir helfen. 1.8 war eine ganz andere Version. Da gab es ganz andere Erfolge. Und jetzt fange ich mal an und gucke mal was... Oha, perfekt. Ich muss mir auch immer den Block hier merken, weil wie ihr seht, an dieser Stelle hier spawnt immer etwas nach. Das hier ist zum Beispiel der Mars Lucky Block. Ich baue jetzt erstmal aber das hier ab, dass ich eine Fläche bekomme. Das ist glaube ich erstmal wichtig, damit ich hier meine Welt ein bisschen erweitern kann. Ach ja, und falls ihr euch fragt, da unten sind Command Blocks. Die brauche ich, damit dieses Mod Pack funktioniert mit dem Skript für die One Block Edition. Ich erweitere die Plattform jetzt einfach mal in diese Richtung. Es ist ein bisschen komisch, sich auf Slime fortzubewegen. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir hier bekommen. Die Türen lasse ich so stehen erstmal. Und jetzt gucken wir, was aus dem Mars Lucky Block rauskommt. Diamanten! Nice! Den Lucky Block kenne ich jetzt beim Namen nicht. Aber da habe ich einen Mystic Bogen bekommen. Cool! Der feuert auch ohne, dass ich einen Pfeil habe. Weil der hat Infinity 1. Ihr kennt Infinity ja eigentlich so, dass man einen Pfeil im Inventar haben muss. Bei mir reicht es, wenn ich es jetzt einfach so im Inventar habe. Der Chaos Flow Lucky Block nicht. Den kenne ich nicht, den Lucky Block. Den auch nicht. Aber Pferderüstung und ein Helm. Der Army Helm hier. Oh! Ein Fullset Bonus gibt mir Dodge Chance und Increased Range Damage. Alles klar. Oh! Nein, 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 nein. Das ist mein erster Tod. Ja. Aber. Aber mein Zeug ist nicht weg davon, hoffe ich. Oh Gott. Äh. Ich glaube, der Block hier war es. Den muss ich jetzt mit der Hand abbauen. Damit ein neuer Lucky Block spawnt. Oh Gott. Ich brauche eine gute Pickaxe. Das ist richtig schwierig. Oh. Was kam hier? Ne? Ah nein. Es ist eine Axt. Die Nexus Axt hier. Aber da kann ich wenigstens ein bisschen Platz machen. Der nächste Block. Oh, Diamanten. Aber jetzt komme ich hier auch nicht ran. Guck mal. Shit. Ich muss mir hier eine Konstruktion einfallen lassen. Damit der Block eigentlich immer frei ist. Wow. Da ging es ein bisschen schnell. Ich habe einen OP-Goldapfel. Ich habe den Modify-Helm bekommen. Äh. Guck mal. Ich kann jetzt hier runter. Und hier sind zwei normale Lucky Blocks. Nein. Oh. Das ging jetzt nochmal gut. Hier. Ich habe die Anvils auf Soul Sand droppen lassen. Und dann. Oh. Das war wichtig. Und hier. Nein. Oh. Da war was Gutes drin. Aber war glaube ich auch eine Axt. Und keine Pickaxe. Wir machen hier mal Platz ganz kurz. Damit wieder ein neuer Block spawnt. Hier. Wir müssen das uns unbedingt merken. Äh. Den Chaos-Flow-Lucky Block, den ich so als Drop bekommen habe, öffnen wir hier. Da ist eine Schere dabei. Holz wäre praktisch oder so. Damit ich ein paar Sachen auf jeden Fall safen kann. Der Flash-Lucky Block. Oh. Oh. Zum Glück. Da waren es Silberfische. Der Illuminati-Lucky Block war das glaube ich. Hier habe ich eine Leggings bekommen. Okay. Das da ist ein Cola-Kasten. Den kenne ich. Guck mal. Da. Seht ihr. Coca-Cola-Lucky Block. Und der gibt mir eine Cola-Light. Ist das? Das ist Herr Maurus. Bauen wir ab. Ziehen wir an. Der Mars-Lucky Block. Den hatten wir schon mal. Oh nein. Das kann ich nicht anziehen. Weil ich mich jetzt nicht mehr bewegen kann. Äh. Ich muss das ausziehen wieder. Es ist so wild einfach, was ich hier kriege. Aber ich brauche Blöcke. Um Erfolge zu bekommen. Was war das? Sunflowers. Nein. Der Internet Explorer. Oh. Das ist gut. Jetzt habe ich hier wenigstens eine Spitzhacke. Und kann hier ein bisschen Platz machen. So. Wir haben das Ganze hier freigelegt. Jetzt können wir hier wieder Lucky Block abbauen. Und es kommt hier eine gute Hose raus. Oder auch nicht. Das ist einfach nur eine Iron Leggings. Das lassen wir mal so. Das hier ist der Ök. Oh. Da habe ich jetzt glaube ich ein bisschen zu viel abgebaut. Aber ich habe hier Ökt God Material bekommen. Und ein Verzauberungstisch. Ich glaube in der 1.8 Version war es tatsächlich so, dass man noch verzaubern konnte. Ohne Lapis Lazuli. Nein. Da hat man es schon gebraucht. Hä? Wirklich? Okay. Hier haben wir Doritos. Kann ich die essen? Nein. Aus diesem Material hier denke ich kann ich eigentlich was machen. Aber es zeigt mir nichts an im Crafting System. Müssen wir mal gucken. Oh. Das war der Bad Wars Lucky Block. Da kam nichts. Oh. Ja man. Ein bisschen Redstone Stuff. Ist eine Kiste dabei? Habe ich die vielleicht eingesammelt schon? Nein. Schade. Aber einen Dispenser und so ein paar Sachen aufzubewahren. Und den Hopper nehme ich mal. Äh. Die Frage ist wo ist der jetzt? Sind die... Da ist der Hopper. Äh. Die Türen brauchen wir gerade nicht. Wir machen kurz einfach das da. Und Dispenser stellen wir hier auf. Damit ich hier ein paar Sachen einfach aufbewahren kann. Die ich jetzt noch nicht brauche. Aber vielleicht später mal. Das ist gerade mein Lager. Ich weiß ein bisschen klein das Lager. Aber äh. Ja. Wie soll ich sagen? Es muss sein. Damit wir hier vorwärts kommen. Einfach hier so ein paar Sachen aufbewahren. Da ist wieder der Mars Lucky Block. Der ist voll oft am Start. Den hier kenne ich nicht. Ah doch. Das war der... Das ist der Oster Lucky Block. Warte mal. Der hier gibt mir zwei Armor Points. Und ist unbreakable. Also der hier geht nicht kaputt. Und der hier würde kaputt gehen. Aber ja gut. Lassen wir mal. Oh. Was? Nein. Nein. Mein Freund. Trade mit mir. Nein. 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 Er muss hier raus. Er muss raus. Wir müssen hier... Nein. 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 Mit dem hätte ich traden können. So schön. Und ich habe hier Endportal. Das heben wir auf. Eine Enderperle haben wir auch bekommen. Wir können mehr daraus machen. Moment. Das ist eigentlich gar nicht so eine verkehrte Idee. Einfach, dass wir die Dinger schon mal haben. Für den Fall, dass ich Endportal Frames bekomme. Äh. Witchcraft. Das hat einen anderen Namen. Schade. Der Poop Lucky Block. Bis jetzt kam noch nichts Schlechtes. Oh. Da oben ist... Was? Da oben ist ein pinker Lucky Block. Guck mal. Achtung. Aber es ist gut, dass wir haben Blöcke bekommen. Und eine Angel. Weil in der 1.8 kann man, kann man noch, äh, glaube ich, AFK-Angelfarmen bauen und so. Das Gute ist auch, ich habe jetzt hier gute Blöcke gekriegt. Also stabile Blöcke. Damit ich hier meine, meine, äh, Plattform ein bisschen weiter ausbauen kann. Wir müssen das Ganze, wenn wir Wasser haben oder so, ein bisschen erweitern. So, komm. Das ist der Illuminati Lucky Block. Er hat ein N. What? Oh. Und eine Explosion für mich. Einmal einen Anvil. Und eine Explosion, die ich zum Glück überlebt habe. Was ist das? Nein! Oh. Jetzt muss ich erst... Oh. Ich habe, glaube ich, ein Schwert gekriegt. Ja. Jetzt muss ich die Dinger hier wegmachen. Aber das Gute ist, daraus kann ich mir dann ein Bett machen, wenn ich Holz bekomme. Oh nein. Ich habe aus Versehen... Deswegen hasse ich Slime Blocks, weil sie so leicht zum Abbauen sind. Mann. Das wolle... Aber damit will ich mir eigentlich ein Bett machen. Oh nein. Jetzt habe ich die Blaze Rods... Warte. Ich baue das Loch mit Pistons zu. Oh Mann. Das ist echt schwierig. Das hier ist übrigens auch ein Relikt aus alter Zeit. Damals hieß es noch Twitter. Und das sind eigentlich die Social Media Lucky Blocks. Aber gut. Äh. Ja. Jetzt haben wir hier die Österreich Lucky Blocks. Da kam... Oh. Schön. Das sind Emeralds rausgekommen. Machen wir erstmal hier noch Platz. Und mein Inventar ist sowas von zum Brechen voll. Nein. Nein, 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 nein. Wir machen da gar nichts. Nein. Ah. Und der Zombie überlebt. Ach, Kacke. Oh Mann. Jetzt stellt euch vor, es spawnt hier so ein Riesen-TNT. Deswegen muss ich meine Base eigentlich weiter wegbauen. So ein bisschen in die Richtung oder in die. Weil diese Plattform ist immer dem Tode geweiht. So in etwa. Oh. Guckt. Es ist alles für einen Arsch. Das hier ist der Trade Lucky Block. Der ist eigentlich nicht verkehrt. Ha. Da war Koppel und es ist alles weggeflogen. Oh Mann. Ich stehe jetzt im Lucky Block drin. Ich brauche Blöcke. Brauche unbedingt Blöcke. Gib mir einfach Blöcke. Ich kriege gerade gar nichts. Ich kann gerade gar nichts einsammeln. Mann. Ja. Nein. Doch. Hä. Damit kann ich schießen. Und es spawnen Eisklumpen. Interessant. Ich habe Wasserschuhe. Die Wasserschuhe. Oh mein Gott. Diese Wasserschuhe. Die machen, dass ich fliegen kann. Das heißt. Oh. Schön. Es sei denn. Ich gehe drauf natürlich. Aber damit kann ich bauen. Die Night Lucky. Wie heißen die? Die Death Note Lucky Blocks. Oh. Werd mir alles zu viel. Ich trinke jetzt erstmal eine Cola Light. Lecker. Und dann öffnen wir hier die Lucky Blocks. Nether Star Chestplate. Jetzt habe ich schon mal eine Rüstung. Und bin hier gerade gut dabei. Jetzt brauche ich eigentlich nur Blöcke. Die dürfen hier nicht alle runterfallen immer. Healthy Army Boots. Brauche ich nicht. Ich brauche Blöcke. Gib mir irgendwelche Blöcke. Keine Ananasschuhe. Da. Ja. Wir haben Dirt. Mit Dirt. Kann ich damit irgendwas machen? Dirt. 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 Ich baue mich einfach ein bisschen weiter in die Richtung. Mache hier nochmal so einen Kreis drumrum. Das sind die Creeper Lucky Blocks. Oh oh. Wir versuchen uns in die Richtung zu bauen. Oh Mann. Mann. Das ist echt eine heikle Sache hier. Zu überleben. Ich habe das Drachenei bekommen. Wuhu. Das kann ich umwandeln in Crystal Material. Aber das machen wir nicht. Wir heben das Drachenei auf. Das bleibt hier stehen. Ender Lucky Block. Oh ja. Cobblestone. Oh schön. Das ist jetzt mal was richtig Gutes. Wir begeben uns mal so ein bisschen in die Richtung hier. Dass wir wegkommen. Oh Mann. Aber was? Das Gute ist ja kein Fliegen. Guck mal. Können wir das so machen? Sind wir viel schneller unterwegs? So. Perfekt. Jetzt habe ich hier eine Brücke auf die andere Seite. Da hinten kann ich meine Base bauen. Und hier kann von mir aus alles in die Luft fliegen. Nein. Nein Mann. Jetzt habe ich ein Schwert und ich kann fliegen. Oh. Boah. Einfach Widerkampf. Komm. Ah. Erledigt den. Komm. Ich habe gute Rüstung. Boah. Ja Mann. Erledigt. Wuhu. Genauso habe ich mir das vorgestellt, Mann. Boah. Kam einfach der Wider da raus. Eine Schaufel. Eine Kiste. Ah shit. Aber. Was krass ist drin? Aber ich habe jetzt eine Kiste bekommen. Das finde ich gut. Und die stelle ich jetzt da hinten auf. Oh. Und das ist ein Lucky Block. Den würde Klim lieben. Das ist der Diorit Lucky Block. Oh shit, Mann. Zum Glück kann ich fliegen. Oh. Wenn ich Wasser hätte, wäre das eine Cobblestone Farm. Oh. Aber habe ich nicht. Leider ein Biegen. Oh. Nein. Ich bin durch den Lucky Block geklitscht. Mist. Oh. Shit. Aber ich habe jetzt gerade Wasser bekommen. Das ist gut. Dann machen wir hier unten mal alles zu. Äh. Cobblestone. Das ist sehr gut. Damit kann ich mir dann eigentlich Cobblestone farmen. Aber das schieben wir mal hinten an. Ich könnte mir. Oh. Ich hätte mir auch einfach. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Ich hätte mir auch einfach die Lava da unten holen können. Und einen Cobblestone Generator bauen. Oh Mann. Dann wäre ich. Oh. Shit, Mann. Ein brauner Laubhaufen. Der kann weg. Lucky Potion. Die sind aber schlechte Lucky Potions. So. Was kommt hierbei raus? Die Schuhe sind blöd. Was haben wir hier? Ein Schwert. Das Error Lucky Sword. Das macht viel Damage. Das ist schon mal okay. Aha. 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 Kann der. Kann der bitte woanders sterben? Der 1 und 1 Lucky Block. Nichts bekommen. Nichts Gutes zumindest. Ich muss das eigentlich. Damit ich alles auch auffange. Muss ich mir irgendeine Konstruktion überlegen. Aber die kann halt jeden Moment auch kaputt sein. Wie ihr seht. Guck mal. Niemals aus Holz bauen. Da waren Diamantblöcke. Nein. Das ist der Grill Lucky Block. Och Gott. Nein. Da war Badrock dabei. Wieso konnte ich das nicht einsammeln? Es glitschte alles immer weg. Mist. Wuh. Monster. Aber die machen nichts. Hier geht alles so drauf. Finde ich gut. Sehr schön. Alle verbrannt. Keiner konnte sich safen. Da waren Endportal Frames. Habe ich welche? Ja. Ich habe 25 Endportal Frames eingesammelt. Alle in die Kiste. Ey. Wir schaffen das. Wir schaffen es One Block irgendwie durchzuspielen. Hoffe ich. Und irgendwie an die Erfolge ranzukommen. Es ist chaotisch. Ich muss irgendwie hier eine stabile Plattform bekommen. Dass ich die Blöcke einfange. Und so weiter. Es ist ziemlich wild. Aber ich hoffe euch hat es gefallen. Ihr könnt euch jetzt hier reinziehen. Wie wir das erste Mal Lucky Block Badwurst gespielt haben. Es ist hier verlinkt. Haut rein. Bis dann. Und ciao.